Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von ABC Fahrzeuge. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe euch allen geht's gut. Und zwar haben wir heute hier den Subaru Impreza. Den hatte ich schon ein, zwei Mal angekündigt in der Instagram Story. Leider haben wir es zeitlich nicht mehr geschafft gehabt ein Video zu drehen damit. Gerade wo auch sehr viel Schnee lag. Ja, zeitlich nicht geschafft. Aber ich sag auch ganz ehrlich, wir hatten minus 15 bis minus 20 Grad draußen. Also es war auch ein bisschen, naja, vom Wohlfühlgefühl her nicht so die Lust gehabt, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall ist es ein bisschen schade, weil wir natürlich nicht so die große Möglichkeit jetzt haben irgendwo zu driften. Wir werden natürlich nicht fahren können, das ist klar. Dafür ist er ein bisschen zu tief. Aber wir werden uns da was einfallen lassen. Also erstmal zurück zum Fahrzeug. Das ist der Subaru Impreza. 2,0 Dieselmotor mit 150 PS. Ich werde euch ein bisschen das Fahrzeug präsentieren, ein bisschen was dazu sagen. Ich habe mich selber noch gar nicht so groß damit auseinandergesetzt. Das machen wir auch gleich zusammen. Deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwas nicht weiß oder auf Anhieb nicht einfällt oder sonstiges. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Fahrzeug noch nicht groß auseinandergesetzt. Aber das kriegen wir hin. Ja, erstmal muss ich sagen optisch. Du hast es ja auch direkt gesagt, der muss richtig Dampf unter der Haube haben. Ja, aber hat nur 150 PS. Ich glaube, die sind aber auch beliebter als Benziner. Weil da züchten sie richtig mit Turbos auf und da haben die richtige Leistung. Da werden dann mit Rennen gefahren und sowas. Ja, nichtsdestotrotz haben wir hier einen Diesel. War ja 2008 oder 2009. Schaue ich gleich nochmal genau nach. Hat jetzt ca. 182.000 Luft. Aber dazu kommen wir gleich. Sag mal hier. Der Wagen steht auf Allwetterreifen. 16 zu Allwetterreifen. Ja, die Bremssättel haben sie mit grünen Farben lackiert. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also in der Regel macht man die rot oder halt schwarz, was ich auch sehr gerne mache. Schwarz glänzend. Ansonsten ist ein Fünftürer. Hat jetzt 188 Stoßen gelaufen. Eine kleine Delle. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Zwei von hinten. Ist ein bisschen Einsatz hier. Achso, ganz wichtiger Aspekt bei dem Fahrzeug. Es ist ein Allradfahrzeug. Aber ich glaube, die meisten Subaru Fahrzeuge sind Allradfahrzeuge. Deswegen sind die auch so teils beliebt. Da gibt es auf jeden Fall eine Rubrik für, die richtig auf diese Dinge abfahren. Ja, auf jeden Fall ein 2 Liter Boxermotor. Der hat sogar eine abnehmbare Anhängerkupplung. Und das ist ein Sportauspuff. Also auf jeden Fall nicht der Originale. Wir müssen jetzt hier ein bisschen durch den Matsch und Schlamm laufen. Ich will euch mal den Motor zeigen. Das ist ein Boxermotor. Das Besondere... Was heißt das Besondere? Ein Boxermotor ist halt einfach die Bauweise. Es gibt ja den Sechszylinder-Reihenmotor bei BMW beispielsweise. Da ist das Zylinder für Zylinder so in der Reihe halt. Deswegen sagt man auch Reihenmotor. Sechszylinder-Reihenmotor. Leute, ich will nichts Falsches sagen. Aber ich meine, das ist ein 5-Zylinder-Boxermotor. Aber das schauen wir uns nochmal gemeinsam an. Das liegt halt an der Bauweise, weil der halt wie eine Faust die Zylinder eingehen. Oder zusammengehen, um es so zu sagen. Ah, der hat einen Diesel-Partikelfilter. Ansonsten... Wie könnte man das jetzt hier am besten erkennen? Ich sehe schon wieder die Kommentare bombardieren. Der hat doch gar keine Ahnung von dem Motor. So, aber ist nicht schlimm. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir alles in Kauf. Weil ich bin kein Vollprofi oder ein Experte oder sonstiges. Ich versuche einfach, euch mitzunehmen, während ich das Fahrzeug kennenlerne. Ist ja nichts Verwerfliches, oder? Ansonsten, wer sich damit gut auskennt, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Der hat einen Turbo. Ja, ist ein Turbomotor. 150 PS. Ich finde jetzt, so Leistung hat der nicht nicht gehabt. Also der geht jetzt nicht so gut ab. Das einzige Problem, was ich bei dem hier habe, wenn er kalt ist, dann macht er auch eine Rolle Geräusche. Das kann der Kallriemspanner sein. Muss wir mal gucken. Oder der Kallriemen ist halt alt. Ich hatte da was draufgesprühen. Silikonspray kann man da gerne machen. Da kann man hier sprühen. Wenn das Geräusch aufhört, ist es der Kallriemen. Wenn das dann bei einer bestimmten Rolle aufhört zu jaulen, sage ich mal, dann ist es die Spannrolle. Kann auch die Rolle von der Lichtmaschine sein. Kann die Rolle vom Klimakompressor sein. Von der Servolenkung, von der Kurbelwellenscheibe. Gut, das ist aber eigentlich selten der Fall. Ansonsten kann ich euch nochmal präsentieren. Hier, richtig geile Sache. 3D-Kennzeichen. Ist eine unbezahlte Werbung. Also ich will euch hier nichts andrehen oder sonstiges. Finde ich richtig cool. Da gibt es einen sehr coolen Partner, die das vertreiben. Das ist schon echt eine coole Sache. Also ich finde es cool. Ich werde da auch einen Rabattcode aushandeln. Wenn jemand ein Interesse hat, kann er 10, 15, 20 Prozent sparen. Je nachdem, was die einen geben. Ich werde da auch nichts dran verdienen. Das werde ich auch gleich klarstellen da. Aber wenn jemand das haben möchte, das Matte kostet, liegt glaube ich bei 60 Euro für zwei Stück. Ja, vorne und hinten jeweils 60 Euro. Wenn man sich jetzt so drucken lässt, ganz normale Kennzeichen, zahlt man auch 30 bis 35 Euro für die Alu-Dinger. Wir kriegen da als Händler natürlich Rabatt, aber ja. Gut, ich würde sagen, wir drehen eine Runde, beziehungsweise zeigen das Fahrzeug nochmal kurz von innen. Erzählen ein bisschen was dazu. Dann drehen wir eine kleine Runde, gucken, ob wir ein ruhiges Plätzchen finden, wo wir ein bisschen die Sau rauslassen können. Ansonsten, der Wagen hat Multifunktionslenker mit Tempomat, Klimaanlage, originales Radio, CD drin, Getränkehalter, vier elektrische Fenster, elektrischer Seitenspiegel. Ich glaube, die Außenspiegel sind auch elektrisch anklappbar. Was zu beachten ist bei dem Fahrzeug, der hat 188.000 gelaufen, hat aber auch schon einen Austauschmotor. Und was ich halt auch sehr interessant fand bei dem Fahrzeug, der ist lückenlos check-heft gepflegt bei Subaru. Das habe ich auch gemundert bei seinem älteren Fahrzeug, aber das schauen wir uns auch gerne zusammen an. Das hatte ich vorhin mal kurz reingeguckt, also da habe ich mich auch echt erschrocken. Komplett Subaru. Film mal kurz rein. Das hat man auch selten, sage ich mal. Und der wichtige Aspekt ist, 2014 hat er einen Austauschmotor bekommen, vor genau 100.000 Kilometern. Die sollen sehr anfällig sein, diese 2 Liter Boxer Dieselmotoren. Also das soll schon öfter, gerade nach dem Ablauf der Garantie, sollen da vermehrt Motorschienen reingekommen sein. Subaru verhält sich da aber ganz kulant und ersetzt den größten Teil und in der Garantie natürlich voll. Aber nach der Garantie, ja, musste man es eigentlich komplett selber übernehmen. Aber ich habe da mitbekommen, dass sich da eigentlich ganz kulant verhalten. Weil das irgendwie auf deren Mist. Aber da muss irgendwas schiefgelaufen sein vom Werk aus. Was sie da genau gemacht haben, weiß ich leider auch nicht. Auf jeden Fall ist es da vermehrt zu Motorschäden gekommen. Die neue Version vom Motor soll dann wohl robuster sein. Kann man auch für die Kenner unter uns den Motorbuchstaben durchgeben. N101141SK Long Block. Ob es jetzt nur der Block getauscht wurde oder der komplette Motor, das weiß ich natürlich nicht. Das ist aber alles bei Subaru gemacht worden. Schon erstaunlich. Also bis zum 19.06. bis 173.000 Lückenlos bei Subaru gewesen. Auch wirklich alles vermerkt. Coole Sache. Ansonsten für die Laufleistung sieht er eigentlich ganz gepflegt aus von innen. Auch von außen jetzt eigentlich. Leder Lenkraft ist natürlich auch gute Qualität. Schallknopf eher weniger. Da geht hier schon so ein bisschen ab. Ist jetzt aber auch nicht ungewöhnlich bei 188.000. 6-Gang Schaltgetriebe. Lockdosenstützen. Also ein bisschen sportlich. Aber ich würde sagen, wir drehen mal eine Runde. Und dann können wir mal was machen können. Muss ich auch wohlwemerk mal anmerken. Ich habe bei dem Audi RS5 eine richtig geile GoPro gehabt. Hier noch in der Scheibe drin. Dass man quasi zwei Aufnahmen hatten. Haben wir aber leider nicht, weil die war geliehen. Werde ich jetzt aber auch schnellstmöglich dafür sorgen, dass wir auch so eine haben. Dann kann man aus zwei Perspektiven filmen. Und das, wenn man das immer möchte. Ja, dann fahren wir los. Wie gesagt, das coole ist halt wirklich der Allradantrieb an dem Fahrzeug. Also ganz ehrlich, ich finde der Motor ist viel zu laut. Ja, das haben wir aber auch schon mal gemacht. Gut, der hat noch glaube ich, er hat auf jeden Fall noch einen Sportaufruf drin. Das ist auf jeden Fall nicht der Originale. Aber so vom Fahren her, ist auf jeden Fall stabil auf der Straße. Ach, Motor ist definitiv zu laut. So Subaru und sowas, Toyota. Sind eigentlich robuste Autos Toyota jetzt. Aber Subaru habe ich jetzt nicht so oft gehabt. Habe ich vielleicht eins, zwei Mal gehabt. So ein Impreza Kombi. Subaru Forester Geländewagen. Der ging eigentlich ganz gut zum Verkauf und sowas. Also wegen Verkauf kann ich auf jeden Fall nicht beklagen. Also das geht. Nachfrage ist auf jeden Fall da. Auch bei dem hier ist eine extreme Nachfrage da. Aber man muss halt auch ganz ehrlich sagen, da stellen halt die Leute auch so viele Fragen. Die wollen halt alles explizit genau über dieses Fahrzeug wissen. Telekundschaft. Die so etwas suchen, kaufen wollen. Ich fahre mal ein bisschen über Land. Ein bisschen gucken, wie er sich verhält. Wie gesagt, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht groß auseinandergesetzt mit dem Fahrzeug. Schaltung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da geht schon was. Da geht auf jeden Fall schon was. Naja gut, 150 PS sind jetzt nicht so viel, aber in so einem kleinen Fahrzeug. Das ist schon so ein bisschen klapperig alles. Das liegt daran, dass das Sportfahrwerk drin ist. Tiefer gelegt. Sportauspuff. Ich weiß, ich bin ich auch kein... Fan von. Früher ja, da hat man das gerne mal gemacht. Aber mittlerweile geht das auf die Bandscheibe. Aus dem Alter sind wir raus. Auf jeden Fall das, was die Leistung angeht, müssen wir auf jeden Fall zurücknehmen. Da geht schon ordentlich was. Wie du auch gerade festgestellt hast, für die Laufleistung ist es eigentlich auch noch in einem... Ein gepflegter Zustand, würde ich auch sagen. Wir werden auf jeden Fall gleich mal den Motor filmen. Auch ein bisschen die Geräusche, werde ich das Mikrofon mal dran halten. Einfach nur, ob das normal ist oder ob da vielleicht irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Ich denke mal, da wird es einige geben, die sich das Video anschauen und die sich damit auskennen. Vielleicht auch schon mal ein Problem mit so einem Fahrzeug hatten. Mal schauen. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier noch ein bisschen driften können. Ein bisschen so den Allradantrieb heraus provozieren können. Kupplung, Schaltung, Getriebe, fühlt sich alles gut an. Ja, dann probieren wir mal ein bisschen was. Den wirfst natürlich nicht so leicht aus der Bahn, als ein Allradantrieb. Ja, das wäre toll. Aber wir probieren mal ein bisschen was aus. Wie gesagt, ich mache das selber nicht oft oder eigentlich gar nicht. Aber wir gucken mal. Wie in so einem James-Burn-Film, weil es einmal rumgedreht, zack, rückwärtsgang, rückwärtsfahren und dann schießen. Oh Gott. Mit Handbremsen macht Spaß, ne? Das ist eine neue Erfahrung für mich hier. Ja, für mich auch. Was macht ihr hier? Kiffen oder was? Wie packen wir uns die Rotzlöffel? Seid ihr am Kiffen oder was? Raucht ihr? Ja. Warum rauchst du? Grafst du oder Zigaretten? Und du? Glocke? E-Zigarette? Wie alt seid ihr? Ich auch, ich bin 15. 14? Alle? 15? Du? Ich bin dabei. Du hast nichts, ne? Das war gerne. Der schwirrt sogar. Was macht ihr hier? Er rast und er kann. Allrad, mein Lieber. Feiert ihr Subaru oder was? Ja. Voll viele Jugendliche feiern Subaru. Macht keine Scheiße, ich behalte euch im Auge, ne? Ja. Ey, das kommt alles auf YouTube, ne? Ja, ich denke nicht. ABC minus Fahrzeuge. Nein, alles gut, Jungs. Bleibt sauber, ne? Rauch diese Scheiße nicht. Das riecht ungesund. Ehrlich? Ja. Mach gut. Mach's besser. Mach's noch ein bisschen. Machen wir. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Die brauchten das. Diese Rotzlöffel von heute, ne? Die haben nur noch Blödsinn im Kopf. Die kiffen, die rauchen. Jetzt sogar E-Zigarette. Stell dir mal vor, die hätten hier mit Shisha gestanden. Ja gut, der hätte mitgeraucht. Aber stell dir mal vor, wenn die Mundstücke hätten, der hätte mitgeraucht. So. Ähm, ich würde sagen, du steigst aus. Na? Und dann... Aber hier schon? Ja, hier ist doch besser. Ich nehm mich schon. Amit said he had a mouth. Then I wouldn't shut. Up. On the hunt for a crown. Moin again, I'm a runner. Cause nobody in the game right now. Even deserve it. Wasn't it a crown for anyway? I should have inhaled the way that I made a penny. Train to gold in a penny. For your thoughts, I better pennate for your soul. You know you want the riches and the money in the fence. So check a bite of the fruit if you choose. Let the juice drip down. Then a wave to a pie full of gold. Then a house up on the lake. Ten hoes on the grape's new clothes. Then a row full of jays and a lemon in the garage. Looking like his zoo in here. Old crew in here. What are they doing here? I think I lost my mind Loose screw in here Then I walk outside And everybody looking at me Well, I got them all in my sights Pickin' them off, pickin' them out Lookin' like daylight in the night And I'm killin' so many I thoroughly wanna get involved And everybody fallin' from the elevator Now I'm Bray Rice And it's like a rice And take a bite, it's nice And I have a nice time with it By the time that it finds the way To the right side of him Not even a Heimlich I save him my selective finger To you imbeciles Tell me what's been gettin' into you Envy will kill you She said I'm a gentleman I admit a lot of women Sit up on my other men I don't give a damn I'm like an auto with no time to kill I'm a feeling like the opposite of the world So workin' and never been a purple Ich verabschiede uns an dieser Stelle wieder Mit einem neuen Video Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß daran Auch an dem Fahrzeug an sich Ob euch das gefällt Würde mich auch interessieren Würde mich freuen Ja, ansonsten Haben wir hier ein bisschen was versucht Das ist halt ein bisschen Eisschnee Machen wir auch nicht jeden Tag Also ist jetzt auch nicht mein Talent Sag ich mal, das Zwiften Oder ähnliches Auf jeden Fall Die Kiddies feiern voll, ne, Subaru Jugendliche immer Subaru, die kennen sogar die Modelle Und das und das Nichtsdestotrotz Ich würde mich freuen Wenn ihr mir ein bisschen was Zu dem Motor sagen könnt Wir werden jetzt auch nochmal kurz Das Mikrofon da dran halten Am Motor Ob die Geräuschkulisse normal ist Oder ob da vielleicht irgendwas ist Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht Das ist mal in den Innenraum gehen Da war es irgendwie lauter, ne Ne, hört sich besser an Jetzt wo er warm Wo er warm ist Ja, auf jeden Fall Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video Einen kleinen Einblick bekommen Ich habe natürlich auch noch einen Einblick bekommen Japanische Fahrzeuge, wie gesagt Habe ich eher selten Gerade Subaru Aber ich war halt schon verwundert Wie viele auf Instagram Das halt richtig cool finden Oder cool fanden Den Subaru, ne Ansonsten Ihr wisst, was zu tun ist Bleibt alle gesund Wir sehen uns dann im nächsten Video